ich habe ein gutes gefühl schnell du und ich wir können zusammenarbeiten und gemeinsam können wir die welt beherrschen ich habe damals im krieg in vietnam einem fucking känguru ich werde mich fertig mit meiner geschichte man das ist der klassiker dass der ball da vorne längst an in der ecke liegt das zeigt doch wieder an wo er hingespielt hat der pang ups fängt ja schon mal gut an was mache ich versuch mal mit zwei spieler modus da kann sich die kappe glaube ich freier bewegen oder also ich weiß also ich kann auf jeden fall nicht beide charaktere steuern falls es das ist was du von mir verlangen meistens jetzt bin ich so auf diese zwei spieler modus idee gerade fixiert ne ne ah ah pfff auf der falschen netzseite gut aber ich habe jetzt die die Ok, ich glaub jetzt ist wieder Bodenphase angesagt Tempo-Boys Tempo-Kleine Schnecke Ähm, öh Oh nein, der spielt schon wieder in die Ecken, der Punk Ich hab schon keine Lust mehr Vielleicht sollte ich wieder anfangen mit ihm zu fahren, denn pass auf Schnecke, wenn wir beide das hier durchziehen Ich hab über 500 Monde, ich bin sicher ich kann dir den einen oder anderen davon geben Und ähm Dann könntest du dich zur Ruhe setzen Damit könntest du so viel Energie erzeugen, ähm, du müsstest nie wieder auf deiner, in deiner Strandwelt heizen Ja, das ist irgendwie blöd, Moment Ähm, damit kannst du auch ne Klimaanlage Zum Laufen bringen Ich kann auch zur Polarwelt fliegen und dir ein Stück Eis mitbringen Du kannst auch mitkommen Wenn dir das lieber ist Schnecke Schnecke Du musst damit aufhören, den in die kurzen Ecken zu spielen Das ist der Deal, den wir haben, okay Du schlägst mich in die kurzen Ecken Ich seh schon, ähm, viereckig, weil ich Seitdem das Spiel losging, vergessen hab, zu blinzeln Und da hat er schon wieder in die Ecke gespielt, der Punk Und da in die Mitte, das ist natürlich fast genauso gut Ups, jetzt hab ich meinen Hut nicht Ah, da ist er wieder Rechtzeitig zurückgekommen Den hab ich mit dem Gesicht gefangen Den auch Den auch Easy going Der war viel zu knapp Der auch Das Problem ist, dass ich ja unten rechts in die Ecke gespielt Und ich weiß jetzt nicht mehr viel Und das macht mich jetzt mega nervös Oh, Baby Oh, Baby Ah Du verdammter Affe Du glaubst doch nicht, dass ich bei 100 aufhöre Und das mit den Monden, die ich dir gebe, war gelogen So sieht das Gesicht deines Siegers aus Ach, aber Duird doch nicht Dein Zipper Ich Så